Über vier Jahre sind vergangen, seitdem Nintendo The Legend of Zelda Breath of the Wild angekündigt hat. Als am 13. Januar dann bei der Switch-Vorstellung ein Trailer gezeigt wurde, der einen ultimativen Hype auslöste, dachten viele Fans, dass es ein perfektes Spiel werden würde. Befürchtung, dass Zelda erst deutlich nach dem Verkaufsstart der neuen Konsole erscheinen würde, hatten sich glücklicherweise nicht bestätigt. Doch heute gab Nintendo plötzlich bekannt, dass noch dieses Jahr zwei DLC-Pakete erscheinen werden. Diese sind in einem sogenannten Expansion-Pass, was einem Season-Pass entspricht, enthalten und können nicht separat erworben werden. Meine Reaktion war zunächst negativ, doch inzwischen habe ich ein bisschen nachgedacht und möchte euch ein wenig an meinen Gedanken teilhaben lassen. Zunächst sollten wir einmal darauf gucken, was überhaupt in diesem Season-Pass enthalten ist. Da wären zunächst einmal drei Bonus-Druhen auf dem Crate-Plateau, die aber vermutlich nur als Anreiz zum direkten Kauf dienen sollen und deswegen auch gleichzeitig mit dem Spiel erscheinen. Im ersten eigentlichen DLC, das dann im Sommer 2017 erscheinen soll, sind die sogenannte Cave of Trials Challenge ein neuer, härterer Schwierigkeitsgrad, sowie einige zusätzliche Map-Features enthalten. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieser härtere Schwierigkeitsgrad den normalen Hard-Mode nicht ersetzen wird. Sollte dies doch der Fall sein, dann ist der erste DLC meiner Meinung nach ziemlich unnötig und nicht wirklich notwendig gewesen. Das zweite DLC, welches zu Weihnachten 2017 erscheint, klingt für mich schon deutlich interessanter. Es soll eine neue Original-Story geben, sowie neue Dungeons und Challenges. Es scheint meiner Meinung nach sehr schlau zu sein, dass Nintendo dieses DLC-Paket ausgerechnet zu Weihnachten rausbringt, um im Weihnachtsgeschäft gut mitspielen zu können. Meine Vermutung ist, dass es einen Nintendo Switch Zelda-Bundle mit vorinstallierten DLCs geben wird. Außerdem ist man dann so im Weihnachtsgeschäft sozusagen mit zwei großen Titeln vertreten. Aber auch Spieler, die bereits eine Switch und Zelda gekauft haben, könnten durch die neue Original-Story motiviert werden, dieses DLC zu kaufen. Ich vertraue eigentlich darauf, dass sich dieses DLC für uns Spieler lohnen wird und zusätzlichen Content bieten wird und dafür im eigentlichen Spiel keine Absprüche gemacht werden müssen. Außerdem sind meine Erfahrungen mit Nintendo-DLCs sehr gut, denn zum Beispiel die Mario Kart 8 DLCs haben sich auf jeden Fall meiner Meinung nach für den Preis gelohnt. Dennoch gibt es auch berechtigte Kritik bei diesen DLCs. Der Preis von Zelda liegt derzeit eh schon bei 65 Euro für die Switch-Version und 70 Euro für die Wii U-Version. Wenn man sich dann auch noch den Expansion-Pass holt, landet man bei knapp 90 Euro, was damit das teuerste Zelda aller Zeiten wäre. Als Zelda-Fan werde ich es mir trotzdem holen und hoffentlich auch nicht bereuen müssen am Ende. Wir können gerne ein wenig in den Kommentaren darüber diskutieren. Stimmt ihr meiner Meinung zu oder seid ihr eher komplett gegen diesen Season-Pass? Außerdem würde mich interessieren, wie euch so eine Art von Video gefallen hat, weil es ja doch mal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Das war's auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zusehen, macht's gut, haut rein und tschüss.